Frisch und aufgeweckt in den Tag starten. Für viele Menschen ist die tägliche halbe Stunde im Bad besonders wertvoll. Und auch für tägliche Wellness liefert Wedi die passenden Formen. Ob Sitzbänke für Dampfbäder, extra große Badewannen oder ebenerdige Duschen – für die Firma Wedi muss es nicht immer die Standardform sein. Das private Badezimmer ist heute eine kleine Wellness-Oase geworden. Auch die Ausstattung der Badezimmer ändert sich. Sie brauchen Duschen, Erlebnisduschen und so weiter. Dabei helfen wir Ihnen Ihre Form, insbesondere die Form und auch die Technikkomponenten wahr werden zu lassen. Doch der Mittelständler Wedi erfüllt nicht nur Wellness-Träume, sondern kümmert sich auch um die Wünsche von Kindern. Seit 13 Jahren sammeln hier alle Mitarbeiter jährlich Geld für Kinderprojekte. Dieses Jahr für Kinder mit Behinderungen und deren Familien. Die Initiative zu helfen, kommt stets von den Mitarbeitern selbst, was die Geschäftsführung unterstützt. Und das ist für mich eben der ganz wichtige Punkt und warum ich wirklich so total stolz bin, auch auf unsere Mitarbeiter, dass diese Eigeninitiative 2001 kam, bis heute lebt und auch zukünftig vorangetragen wird. Und das ist für mich.